Geht weiter. Auf meinem Screen wird jetzt erstmal keine Action sein. Ja, ich hoffe, er slaggt nicht wieder. Ich gucke, wo die ganzen Teile sind. Und ich versuche, irgendwie das Level zu schaffen. Deswegen, so. Ich hasse das Spiel. Oh nein, es lag wieder. Hey, ich hab... Wer weiß, was ich alles gemacht habe. Es lag immer noch. Bisschen. Okay, ich hab das letzte Upgrade. Weiß ich, was sein soll. Gucke ich mal, ob ich es rinder. Ich kann nicht verschwinden, weil ich die Stage noch nicht fertig habe. Okay. Weiß ich, ob ich's... Hm, was soll ich machen? Ja, mach. Ich mach wohl langsam. Ist gleich ne gute Idee, Laka. Weil langsamer kann's ja nicht werden. Es ist lustig, weil's wahr ist. Das stimmt aber. E- E- ... ja das ist nicht von mir entstanden ist bei dem zwischenbruch auf die ich besiegt habe ja so den meinst du den ich besiegt habe weil du kannst du nicht verlassen muss dann die gleiche stage machen die ich jetzt gerade mache ich mir lebe ich komm schon komm schon nein ich spiele nur noch mit zwei frames geht es nicht mehr ich habe zu wenig frames das sieg ich habe dieses emulator sie kann hier neben anderen spiel ist das nicht so flüssige 30 fps bei mir nicht Er stirbt doch endlich, Jochi ist noch auf die Frische gekommen. Ich weiß. Nicht du. Den Chameleon ist scheiße. Daneben. Er fängt überall rum, er schillt hier nur rum. Wie machst du das? Ja, jetzt habe ich bald einen angegriffen. Ach so. Ja. Alter, ich stehe drauf, obwohl ich weiß, dass er nicht so getroffen wird. Muss gucken. Ehrlich, trage ich dich filmen. Noch einmal. Ich spüre schon, noch einmal. Das habe ich. Gleich habe ich es. Du spürst es. Nein, du spürst und trotzdem haut er daneben. Das ist keinem in Naka-Sex-Video, er spürst es immer annehmen. Oh, ich bin witzig. Ja, immer. Macht alles von mir denkt. Das ist dicker Video, das ist scheiße. Ich muss überhaupt verfügen, die gegen die Effektivität macht mich kaputt. Der zerstört nicht. Mich. Mich. Er meint es mich als welchen Naka. Ja. Er meint es nicht Naka. Ja. Er meint es nicht Naka. Das neue Trendswort. Der Naka ist nicht. Das ist jetzt schon richtig. Herzig gemacht. Stimmt so. Du weißt, du bist nah dran, wenn er anfängt, leicht zu dampfen. Okay. Immer schön auf Kopf schießt. Besser ein Charge Shot. Mach ich doch. Mach ich doch. Ich mach doch meistens Schaden. Es heilt halt so. Wieso stimmt der nicht? Ja, ich denke mir gerade bei Stinkameleien. Stimmt so. Alter. Die sind gleich schnell bin ich. Ich hab nur noch zwei nehmen. Auch wenn du das hier schaffst. Das bringt dir nicht, weil du nicht Stinkameleien schaffst. Ich hab ja nicht mal ich. Jetzt schon. Weg. Jetzt komm schon. Ich glaub du darfst das abgrenzen. Ich glaub du darfst das abgrenzen. Wenn du Stinkameleien würdest. Oh stopp. Das heißt wir sind beide am Arsch. Ich darf das abgrenzen. Ich glaub ich auch nicht. Weil ich Stinkameleien nicht schaffe. Ich schaff den. Das ist ja nicht möglich, aber ich hab hier Schwierigkeiten schon. Aber ich. Ja. Ich hab eine Waffe die ist einigermaßen effektiv. Von der Einsatzbereitschaft. Aber die erste nicht. Auf jeden Fall ist jetzt dein Lichtblick in mein Spiel. Hey ich will weiter. Danke. Ich will nicht sterben. Hab ich irgendwas im Subtank? Ein bisschen. Okay. Das Leben kommt grad recht. Nein. Noch ein Schein. Und das. Waffe wechseln. Äh. Spot. Erst ver. Erst. Ah. Ich kann's schaffen. Kann ich's vergessen. Nein. Wer ist zu schnell? Da kommt noch einer. Na. Du hast nur ne Rüstung. Mit der hat du mega schadest. Nein. Nur die Hälfte im Schaden. Und ich. Er hat noch 5 Leben. Der Gegner und ich nur noch 1. Drei. Viel zu viel. Kann ich wissen was der Typ noch hat. Nein. Er hat mich. Er hat ein Leben. Er hat mich getroffen. Ich bin tot. Vorher meine Kugel ihn getroffen hat. Dann hätte ich gewonnen. Ganz knapp. Scheiße. Alter der hat chillt. Alter der hat chillt. Der ist gesund wieder. Ah. Erst mal so chillt. Ich soll nicht. Leben. Komm. Komm. Noch ein Megaman. Noch ein Roboter. Soll der uns nicht sehen. So. Ne. Ich meinte gleich. Ein Roboter Megaman. Was soll denn der Scheiß. Hab ich noch nie gehört. Es steht nicht so im Vertrag. Wir müssen wissen. Naka hat nen Vertrag mit Capcom. Es dürfen keine Roboter ein Megaman sein. Moment. Leben. Leben. Naka. Er sagt Leben braucht es nicht. Wann du? Deine Intro Stage stirbt. Njom. Ich geh einfach so vorbei. Von allen. Ich bin mein Boss. äh. Ich hab zwei Lebensjagrills unter Böden gegen den abgekackt. Mit vollem Leben. Gut aber jetzt. Du bist nicht ich. Ich will dir zu sagen was deine Gefühle verletzt war. Ja. Ich bin besser. Wo bist du? Ah. Ah. Fuck. Ich hab mich verdrückt. Ja. Komm jetzt. Fang an. Was macht er denn? Was passiert hier? Was passiert hier? Äh. Kannst ja auch gut. Das sehe ich hier. Angreif mir das sichtbar ist. Weil ich kann den Junkweiß. Weil ich kann den Junkweiß. schon was besser machen. Wie ich sie gerade sehe. Ah. Ich hab dich verdrückt. Ich hab zwei Leben nicht noch irgendwie gesehen. Gewonnen. Ich hab's. Ich hab's den Kameleon. So jetzt guck ich noch wie ich es mir verbaut habe. Oder ob ich es schaffe die. Das upgrade zu kriegen. Ah komm schon. Ich hab's den Chip. Ich hab's den Chip. Ja, du hast einen noe. Nein. Wo bist du? Wolltiss du? Ja. Nein, wo hast du? Du sitzt mächtig. Nein, du hast mich. Seine Zunge. Wieso sind die boss du oberpower? Boss und du seiceedw streak wieso ist die oberpower? im spiel wenigstens nicht nein ich hab nicht getroffen werden ich hab's ja das lassen immer stecken da keiner rein wie komme ich jetzt da das komme ich jetzt daran ich sehe das ist aber ich komme ich sehe das sieg da kommt er will mich verarschen hier richtig ab man na es ist schwer und die schlusskaste ja weil es mir dann leichter fällt wie komme ich da hoch ich irgendeine funktion jetzt an den helmen und ich komme an das beste noch ein leben kann dass ich ex-blaster upgrade damit nicht besser kann ich alle fähigkeiten noch aufladen will ich ich bin tot ich komme gleich ein video an wenn ich da rankomme ich bin da der runter droben das ding chameleon ich überleg' grad wie ich ihn mir sinken kann immer walljumps machen oder das ist glaube ich vielleicht gar nicht das ding wo ich hin muss kann sein aber ohne plattform komme ich da ja nicht hin ich mal nach dem anderen es lag wieder alter es lag wieder wollte ich horchi nennen ich bin natürlich nicht mehr horchi hier er guckt sich dieses video an hier zum schicken ähm ich glaube ich gleich mal ein video an lass ich naka weiter aufnehmen und gucke mir ein video an doch naka ich werde das machen nein ah e-tail ich habe so einen e-tail gefunden ich meine ich bin das nicht ich bin das ist neuer ach komm du kriegst sowas nicht ich weiß es gibt noch eine zweite chance für das upgrade aber ich will es nicht ich bin das wie schwieriger als ich dachte ich muss ein bisschen stiller äh weniger reden du musst mehr fluchen naka ach komm schon da verdammt nein ich spruche wenig das ist der meistgesprochene Satz von naka heute verdammter mega man wo ist das ist denn und trotzdem er muss es immer auch so lange gedrückt hat bis er auftaucht und sie dann eine reinballer mach ich doch meine weise sind ich weiß nicht wo ist ich bin jetzt einmal durch die stage wo ist das nur an der einen stelle sein aber ich weiß nicht wo ich da hinkomme ich mache mal einen schnitt bei mir naka kann weiter aufnehmen ne ich gucke mir jetzt ein ich bin bei einem Bus klar ich muss weiter aufnehmen ne ich bin das gleich Leute und bei naka bin ich sowieso noch weiter da ach komm schon ich bin gespannt wie viele leute sagen ja das wäre einfach weil ihr immer unterschiedlich zu machen die werden mich bestimmt beleidigen dass ich ein Nuft bin ey hör auf dein zimmer ausgestrichen ich schlech's dir gleich ab tot na noch eine pause moment tief einat mir noch draus hat man so kam mir nicht könnte dich nein nein ich hasse dich nein 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 Alter hör auf hör auf damit gar nicht bei den auf chili war Nein, ich wurde getroffen! Ah, fuck! Ah, nicht diese Schüttelei wieder! Ah! Weg, kumme! Come on! Wo bist du? Ich schaffe es! Wo bist du? Nein! Nein! Hör doch auf, Mann! Verschwinde von mir! Hast du gerade mit deinem Mikrofon auf den Tisch gehauen? Oh Gott! Nein! Nein! Dann komm doch nicht los! Dann komm jetzt wieder weiter! Ich mach gerade nur extra Zeug! Ach den Vogel! Ach den Vogel! So spät gegen den ist die Pinguin auch gut gewesen! Und den hast du nicht! Ah gut! Toll! Ich hab die Rüstung immer gesagt! Ich sag, mach den... Äh... ...äh... 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 macht schwarz oder nachher steht nebenbei von den normalen gibt es dann gibt es noch drei feines und die feine stages hat einmal ein boss rush aber gut so auch noch mal ja alle waffen die effektiv sind das heißt kannst du eigentlich fast alle locker wegschotten weil effektive waffen machen dreimal so viel schaden und halten sie sich weiß also eine effektive waffe muss nur einen siegen dann kannst du im kreislauf machen dann kann es ganz schnell durchkommen bloß der erste sommer schwerste was muss ich dir nicht sagen was hier gibt es nicht hey ich bin im startgasse und hier sterbe ich bei einem stage im startgasse du bist am anfang der stage ist wahrscheinlich da gibt es keine startgasse du musst dann zurückgehen du bist falsch abgefunden ich bin tot es ist mein job geboren aber kein digga mehr nicht höher spring meine tüche hier sind gerade die aufregendsten videos überhaupt bei dir sieht man nur fail und bei mir sieht man wie ich versuche zu springen ich bin ganz nah dran nein wieder versagt komm 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 für die leute die das wissen wollen ne warte na komm es steht ich korrigiere meine vorherige aussage es steht für mich eigentlich schon 5 0 ich entschuldige meinen zuschauern dass das jetzt bei mir gerade so langweilig ist deswegen empfehle ich euch nach das video zu gucken der macht wenigstens irgendwer das hat immer die ein und dieselbe stage die man schon fertig hat durchzulaufen ich weiß aber ich denke ich bin bei der flamste ich bin bei der flamste jetzt geht es wieder weiter ja nack ist keinem plan einfach nicht dass die leute das sehen ist er falsch nein warte ist leben und weiter geht's nein komm komm ской ich hätte es beinahe geschafft nacka du hast mich abgelenkt ich bin auf die aufnahme gespannt nacka die musste ganz schnell hochladen Ich will die sehen. Also ich mach dir mal einen Cut, weil es zu lange dauert, sonst tepp ich.